Moin, liebe Leute, willkommen bei dem Wölkchen, bei Cache of Clans. Leider hat das Programm, womit ich hier das aufnehme, irgendwas verkackt. Das ist der Ton, den ich jetzt spreche und den ihr so gesehen hört generell, sich da kacke anhört. Deswegen mal eine kurze Zwischeninfo, ich hoffe, dass die schnell neues Advert bringen, weil so geht das nicht. Ja, der Krieg ist kurz vorm Ende und das sieht auch sehr gut aus. Die Versuchung 200 Punkte zu holen, aber ich glaube nicht daran, dass sie da jetzt noch irgendwas groß reißen. Ich kann leider keine großen Wiederholungen zeigen, weil die seit der sehr kurzen Pause von heute entfernt wurden. Ich habe leider auch nicht gerade groß Zeit und wollte nur kurz einmal Bescheid geben, dass ich noch lebe natürlich und Videos auf jeden Fall kommen. Nur heute ist das zeitlich einfach ganz schlecht. Joa, also, morgen mehr. Morgen, ja, starten nämlich gleich den nächsten Krieg schon und dann werden wir mal schauen. Also, lasst einen Daumen trotzdem und bis morgen. Dann kommt policy weiter. Dann kommen wir nach. Vielen Dank.